Monster gehen auf zur Schule. Ein Federmäppchen aus einem Schwanz, eine Sarkophagbrotdose und ein Notizbuch aus Efeu. In unserem neuen Video seht ihr, wie ihr Monster-Schulsachen herstellen könnt. Es ist ein ganz normaler Tag an der Monster-Schule. In unserer Klasse haben wir eine Mumie, ein Werwolf und Poison Ivy, ein Kind der Natur. Nicht schummeln! Das ist unsere Lehrerin. Eine echte Hexe. Gute Arbeit, Mumie. Der Unterricht beginnt. Hi, Kumpel. Du musst auf deinen Schwanz achten, wenn du auf der Monster-Schule bist. Der ist so flauschig. Mein Schatz. Schneidet ein Werwolf-Schwanz aus Kunstfell aus. Befestigt die Enden und klebt einen Reißverschluss ein. Befestigt einen Karabiner an einem Ring. Hey, wo ist mein Schwanz geblieben? Nicht schon wieder. Passt lieber auf. Oh, ihre Hormone spielen wieder verrückt. Beruhig dich, Werwolf. Hey, beruhig dich. Hier, ich habe etwas für dich. Schau mal, was ich gefunden habe. Dein Schwanz. Puh, der Werwolf ist wieder ein Mensch. Oh, der Werwolf hat ihre Schuhsachen darin verstaut. Jetzt können wir mit dem Unterricht beginnen. Wollt ihr was naschen? Irgendwo hier war doch ein Bleistift. Oh, er ist auf Ivys Schreibtisch. Autsch. Aber hier gibt es ein Sicherheitssystem. Ein Anspitzer mit einer Fliegenfalle bewacht ihren Schreibtisch. Knetet Fimo und wickelt einen Anspitzer hinein. Formt dann Zähne. Kippt die andere Hälfte auf. Es soll wie eine Fliegenfalle aussehen. Backt die Stücke dann kurz im Ofen. Benutzt jetzt Acrylfarbe. Gut gemacht, mein Baby. Die Diebe haben es nicht anders verdient. Du bist mein tapferes Baby. Die Mumie will einen Streich mit ihrem Scarabeuskäfer spielen. Na komm, ein kleiner Käfer. Wir haben noch viel zu tun. Zerkleinert Wachsmaler und legt sie in eine Scarabeusform. Schmelzt die Wachsmaler in der Mikrowelle. Wartet, bis der Käfer ausgehärtet ist. Und entfernt ihn dann. Befestigt eine Schnalle an einem Kunstlederstreifen. Klebt auch ein Riemen auf. Stecht Löcher mit einer Ahle ein. Befestigt den Scarabeus am Streifen. Und bestreicht ihn mit selbenem Puder. Während Miss Rich schläft, schreibe ich Lose auf ihre Stirn. Schau mal, was die Mumie macht. Was sie sich das traut? Mumie, du musst wohl noch Grammatikunterricht nehmen. Es gibt nur ein O in dem Wort Loser. Du bekommst eine 6. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Wo ist mein Wolfs-Smartphone? Hör ich das alte Ägypten? Es schichtet eine Handyhülle mit weißer Acrylfarbe. Schattiert ein ausgedrucktes Bild eines Wolfes mit einem Bleistift auf der Rückseite. Verfolgt das Bild und benutzt dann Acrylfarben. Klebt auch Pelzohren darauf. Mumie, du hast eine Nachricht. Aber der Werwolf hat immer noch die beste Handyhülle. Mädels, gebt mir eure Smartphones. Jetzt sofort. Oder ich werde euch verzaubern. Gut, Miss Rich. Ivy hat ein Geschenk für Miss Rich vorbereitet. Es ist die schönste Haken, Lilje. Befestigt die Blätter aus Fimo an einem Bleistift. Befestigt ein Stück Fimo an einem dünnen Draht. Das soll das Staubblatt sein. Backt die Blätter, den Stiel und einige Staubblätter kurz im Ofen. Schneidet Blütenblätter aus Schaumgummi aus. Formt sie mit einem Glätteisen. Baut eine Blume zusammen. Und setzt die Staubblätter ein. Deckt die Basis mit Schaumgummi ab. Klebt auch ein Stiel ein. Und befestigt die Blume am Bleistift. Fügt auch Blätter hinzu. Und bestreicht den Bleistift mit Acrylfarben. Er stellt ein Muster auf der Blume. Er hat diese Blume hier hingelegt. Warst du das, Ivy? Was soll ich damit machen? Schreiben? Ich habe eine bessere Idee. Mir hat noch eine Zutat für meinen Trank gefehlt. Ab in den Topf damit. Danke für die Blume, Ivy. Mittagszeit. Jeder hat ein anderes Menü. Und die Mumie hat einen ganzen Sarkophag. Was hast du für mich, Pharao? Befestigt eine Fimo-Figur an einem Bild eines ägyptischen Pharaos. Drück mit deinem Modellierwerkzeug die Details ein. Beschichtet die Figur nach dem Ausfärten mit weißer Acrylfarbe. Fügt Details mit einem Bleistift hinzu. Und färbt es mit Acrylfarbe. Klebt die Figur auf den Deckel. Und schließt die Schale mit dem Pharao-Deckel. Wow. Die Mumie hat einen ganzen Kühlschrank in ihrem Sarkophag. Wie kam das denn da alles rein? So viel Essen. Ein Sarkophag ist eine großartige Brotdose. Eww. Mumie, wie willst du das alles essen? Ja, na klar. Mumien essen viel und nehmen nicht zu. Sie hat aber Glück. Wir schreiben heute einen Geschichtstest. Schreibt alles in eure Notizbücher. Und Poison Ivy hat ein spezielles grünes Notizbuch. Schneidet ein Skizzenbuch zurecht, damit ihr ein Efeublad erhaltet. Macht Blattader mit Heißkleber. Und benutzt grüne Acrylfarben. Ivys Notizbuch ist so magisch. Jedes Monster denkt, es sei ein normales Efeublad. Ich kann nicht abschreiben. Mumie, kannst du etwas sehen? Hier gibt es nur Gras. Ivy, das ist ein großartiger Schutz vor dem Abschreiben. Der Werwolf hat eine magische Pfote. Hi Ivy. Deine Pfote ist abgefallen. Stell deine Wolfsfote aus Fimo her. Deck die Oberseite mit Kunstfell ab. Felt die Pfote mit Acrylfarbe. Wickel deinen Stift in Kunstfell ein. Und kleb den Stift auf die Pfote. Hier Mumie. Oh, wie nett. Ein neuer Stift. Du hast Werwolfs Pfote? Hört auf zu schreien. Sonst verfluche ich euch. Die Schüler müssen jetzt ihre Eltern zeichnen. Der Werwolf zeichnet einen Wolf. Ivy zeichnet eine giftige Pflanze. Und die Mumie zeichnet Kleopatra. Aber ihr fehlen noch Bandagen. Meine Pyramide wird mir dabei helfen. Schneidet ein Pyramidenlayout aus Pappe aus. Ritzt die Details mit einem Messer ein. Baut die Pyramide zusammen. Und benutzt Kleber. Versteckt einen Korrekturroller. Trag mit Heißkleber Streifen auf die Seiten der Pyramide auf. Ihr solltet Steine erhalten. Färbt die Pyramide mit goldener Acrylfarbe. Mädels, gebt eure Zeichnungen ab. Moment, ich bin gleich fertig. Pyramiden helfen Mumien immer. Das Porträt ist fertig. Hier ist meine Mutter. Die Mumie hat es geschafft. Wie fandet ihr unsere Monster? Schreibt uns, was ihr herstellen würdet. Eine Mumienbrotdose, ein Werwolfstift oder ein Anspitzer aus Efeu. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch ein Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.